So. Jetzt muss ich mich wieder kurz aufteilen, so. Das muss doch noch reichen. Ach gut, hier ist doch alle... na gut. So. So, oben angekommen. Also. So. Ah, jetzt haben wir das aufgekriegt. War doch gar nicht so schwer. Was guckt denn der Rabe da noch? Unsere Krähe meine ich. Wie geht's denn hier? Ach, kann man auch noch mal hin, ja? Ist das richtig? Na gut, aber... Aber hallo Geix war da unten, oder? War noch irgendwas. Ich weiß nicht, wir wären da unten. Aber wir haben da eigentlich abgeräumt. Eigentlich abgeräumt. So, können wir wieder nach oben. Hätte doch sogar hochklettern können. Na ja, gut. So. Mal durch die Tür, die wir jetzt geöffnet haben und schauen, wo uns die hinführt. So. Ein großer Raum. Ein großer Raum. So mal dahin und gucken, wo wir da landen. Hebel. Aha. Ah. Interessant. Aber... Geh dann später erst hin. Erstmal wollen wir hier mal noch rein und wollen mal weiter gucken. So. Und hier. Oh oh. So ein Kampftruiden. Was ähnliches. Äh. Oh man, hier durchflügen. So ein paar. So. Komm her, hä. Biet Gehilfe. Gehü... Gehilfe! So. Da ist noch einer. Er wisst. Das liegt doch mal ganz 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 gut. Also mal Zornkraft gebraucht. Brauchen wir aber auch. Ja wirklich. Oh, das sieht gut aus. Hat weniger Schaden als unsere. Oder? Obwohl, es gibt Gesundheit wieder. Könnte vielleicht gar nicht so schlecht sein. Weil ich bin da irgendwie immer darauf angewiesen. Macht aber deutlich weniger Hörden. Ah. Ne. So. Und noch irgendwas. Ne. Sieht nicht so aus. War wohl nur wegen dem Zeug hier. Oh da noch was. Da blinkt noch was. Hextratalisman. Super 23. Ja. Ich merke mehr. Ich glaube, Level 30 rein wir trotzdem nicht. Level 30 rein wir wahrscheinlich trotzdem nicht hermutig. Okay. So. Komm mal hier wieder zurück. Zu dem Gefährten zu gehen. Wieder einkaufen. So. Haben wir wieder gebraucht hier. Okay. Du hast bestimmt ja was zu kaufen. Ja. Das ist nett. Dankeschön. Da können wir mit neuer Kraft weiter. Ähm. Wo müssen wir jetzt hin. So. Da müssen wir noch einmal hin. Ich wollte ja noch einmal nach oben. Genau. Ich wollte ja einmal da hoch. Wieder diese zugeleine Truhe. Letzte runter gefallen sind. Ich Idiot. Wann. Wie komme ich denn jetzt hoch? Ach genau hier. So. Interessant. Interessante Konstruktion. Alter. Hab auch schon. Hab schon auf euch gewartet. Hab euch schon erwartet. Hab euch schon erwartet. Um mal so zu sagen. Gehen wir mal zu dieser Truhe da hinten hin. Mal schauen was die wir drin haben. Was wahrscheinlich nicht weiter hilft. Hier gibt es so unnützes Zeug hier. Was wir gar nicht brauchen. Was irgendwie so eine Bombe da hinten. Was wahrscheinlich hier. Was wahrscheinlich hin um. Ja ich wusste ja dass ihr kommt. So. Eines Kiefel. Ich renne lieber normal runter. Ja war letztes Mal mit ganz doofes Missgeschick passiert. Ich denke mal da müssen wir wahrscheinlich durch diese Tür da unten. Wenn wir da hinkommen. Rausgesetzt. So. Okay. Da müssen wir auch noch irgendwie rüber. Komm aber wie macht man das. Gehen wir mal durch diese Tür am besten. Gehen wir mal hier durch. Wahrscheinlich was wir hier so erwarten können. Machen wir auch noch einen Rucklauch. Kommt jetzt. Kommt da. Nein. Haben mich runter geworfen und ich war nicht tot. Ey. Gehen wir mal wieder weg zu kommen. Und jetzt machen wir auch nicht. Ja. Zum Glück. Die Explodieren. Deswegen wurde ich weggeworfen. Äh. Weggeschleudert. Obwohl ich wurde ja weggeworfen. Und naja. So. So. Da habe ich das Gefühl dass wir hier. Seelenteiler brauchen. Kommt mir sowieso so vor. Aha. So. Komm mal hier. Hier geht nur mal nach unten. Was sind. Ah. Guck mal. Wir können uns ja selbst angucken. Oh. Ich bin so wunderschön. Ich bin ja. Ich bin einfach ein hübscher Junge. Ha. 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 So. Jetzt geht's hier runter. Plupp. Kurz gucken ob hier noch irgendwas ist. Aber soll hier noch andere sein. Ich weiß es nicht. Hm. Wenn sie sich fragen, wie macht man das jetzt? Ich muss doch den... Ich muss doch da stehen bleiben. Das geht ja nicht anders. Ach nee, warte mal. Den muss ich mal runtertauchen, glaub ich. Den muss ich mal da runter, damit ich da durchkomme. So, wenn ich jetzt hier runtergehe, was passiert dann? So. So, wie geht das? Ja, schöner. So, wie geht das? Ich habe immer noch mal gekämpelt. Ich habe noch mal gekämpelt. Ich habe noch mal gekämpelt. Ich kann keine Dings mitnehmen, ist ja Wahnsinn, Eisenschuhe, kann man die nicht gebrauchen? Wir müssen uns auch verteidigen müssen, aber nicht viel. So, jetzt kann ich mich fragen, wo müssen wir überhaupt hin? Ach, da. Das gehen wir jetzt vor der Tür. Da kann ja unten zugemacht werden, ich hab kein Problem. Oh oh, ich wollte eigentlich lieber fahren. Der Nächsten. Komm gleich, der Nächsten. Hat auch nichts für mich. Ach guck mal, da denn. Komm gleich, da kommen wir nicht dazu irgendwas zu machen. Oder der Nächste. Mietige Hilfe. Mach ich auch kurz platt, so. Ach, komm her. So. Immer kurz alle her den Typen. Dankeschön, wenn man nen Sack voll Geld gibt dafür. So. Hat der. Reisenden Talisman. Interessant. Reisenden Talisman. Bringt der mir was? Bringt der mir was? Erhöht zwei. Verliert drei. Keine Alternative. Keine Alternative. Muss man mal festhalten. So. Und was ist denn hier? Da hast du diese Tür, da war ich ne Schlüssel dafür. Wenn du auch noch welche und noch mehr Typen, muss ich auf jeden Fall noch vorbei. Da muss ich auf jeden Fall rein, Beta. Ist ja klar. Okay. Hier rumgelaufen. So. Da kommt die Truhe. Guck mal da dran. Mal hier drüber. Haben wir hier dran lang? Ist das so einfach? Sieht so aus. Sieht so aus. Nur Geld und Hexatalisman. Magie 30. Ich hab ja auch nie einen höher und der Rest geht alles runter. Auch keine Alternative. So. So. Dann geht's jetzt hier hoch. Denk ich zumindest, dass es hier hoch geht. Ja. Keine Ahnung. Wo wir eigentlich hier hingehen. Wo wir eigentlich hin wollen. Da sollten wir lieber rüber. So. So. Das schaffen wir auch. Mal rüber springen. Mal rüber laufen. Mal rüber hier. Da kann ich wo runter. Da kann ich runter. Gut. Das ist los. Wo ist das Spiel abgestürzt? Ja da ist ja das Spiel abgestürzt. Wie es aussieht. äh jetzt los wohl auch nicht das ruckelt total was ist jetzt passiert das ruckelt hier total aus irgendwelchen gründen war ich mir kurz im monitor aus hat dann gewechselt also ich hätte auch schon gewechselt und jetzt glaube ich klein wie diese performance ja ich mach am besten mal hier kurzen und dann machen wir gleich weiter also bis gleich so willkommen zurück ja ich bin mal wieder rum um traditionell zu sein in diesem spiel ja immer mit macken irgendwelche machen keine ahnung jetzt sind wir hier beim kampf hab ja ja ob ihr habt noch alles gesehen ich hoffe alles aufhören wir noch dabei und egal deswegen können wir hier weitermachen also los geht's Aua ich hoffe deine performance wäre besser ja ja was das wieder für ein für ein fehler jetzt war plötzlich aber stieg ich hab nicht mal eine ahnung gab einen absturz oder so plötzlich mitten im betrieb in den monitortreiber gewechselt so sinngemäß sehr mysteriös was das spiel hier macht also ich bin doch negativ überrascht muss ich ja mal zugeben hm da muss die kugel rein hm ja aber ich bin doch mal nochmal zurück wie mach ich das jetzt hier scheiße ich da man könnte da auch der ding ist drauf aber ja muss ich jetzt wohl ja übel hier lang ach ne ich bin schon richtig ja so so jetzt muss ich da irgendwie da hoch hm ok dann müssen wir da mal hier hochklettern nochmal ganz nochmal ganz so machen der spiel hat seine technischen Macken ja wie keine ahnung das spiel aber hier extrem ich weiß auch nicht so wo ist jetzt die kugel also ja kommt ja auch nicht mehr zurück jetzt kommen wir mal oben und da jetzt hoch so aber ich bin doch nicht mehr hier mal lang glaube ich und wieder hier hoch wo eben wo eben das spiel schön abgestürzt ist naja eigentlich ist sie auch nicht abgestürzt aber ihr wisst was ich meine ach so doch einmal zurück na gut halt einmal so nochmal zurücklaufen was solls ja nicht so schlimm hier so schaffen wir einfach eine Reichweite her so der kann jetzt einfach hier hoch an der Statue entlang so ja so geht es natürlich auch so geht es natürlich auch war eigentlich nicht so gedacht aber aber das war ja eigentlich nicht so schwer wenn man einmal raus hat aber ist ja immer bei allen Rätseln so ihr wisst das ja